Hallo ihr Lieben, wir sind zurück. Pinkelpause, was getrunken, wir haben ein paar Sit-Ups gemacht, paar Push-Ups, Jumping Jacks, so Humble-Man, was haben wir noch gemacht? Liegestütze, Squats, also so hoch runter und so. Also wir sind voll pumped up. Ja, und wir haben uns überlegt, wir gehen rüber und holen das TNT. Wir wissen nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, wir müssen den ganzen Weg rüber, oder? Ich glaube, unten ging es nicht rum. Bist du sicher, es geht darum? Oh, ich habe mich verlaufen. Kann ich nicht hier dazukommen? Oh, ich habe das TNT gefunden. Ich bring das mit. Was? Wie haben wir das gemacht? Ich bring es mit. Okay, soll ich da? Wenn das nicht funktioniert, ich hole mal das andere. Ja, gute Idee. Wie machen wir das dann an? Schlagen. Okay, Achtung. So geht es nicht. Okay, holen wir einfach das, ich hole das andere und schlag es. Dann werde ich tot sein. Nein. Ja. Ich hoffe nicht. Aber dann sollte es nur einer schlagen. Lass mich noch eins mit hinstellen, das so, dass wir zwei hauen können. Okay? Ah. Warte kurz. Ja? Ach du meine Güte. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Was hast du gemacht? Dummdi-Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dum. Ich mag das. Wir nehmen nur eins. Da drüben ist auch noch was. Wie kommt man denn da hin? Was? Okay. Ich schalte es mal da unten hin und jagte es mal in die Luft. Wie auch immer das geht. Hm. Vielleicht mit meinem Feuer. Oder mit Elektro. Blitz. Das war es nicht. Das war es nicht. Soll ich kurz... Sag mal... Freeze geht ja auch nicht. Gut, dann wechsle ich mal zu Feuer, oder? Ich meine, fällt dir sonst noch was ein? Nein, aber... Versuchen. Ich geh mal ein Stück weg. Okay. Okay. Hat das Ganze in die Luft geklappt? Rechts, rechts ist die Fackel. Wirklich? Ich muss sie anschauen. Ich weiß. Okay. Wir sind endlich durch. Okay. Habe ich einfach gemacht. Warum hast du mir so A gemacht? Ich habe mich erschreckt. Nee. Oh oh. Hey, warte mal. Kennst du die noch? Uh. Okay. Das war nicht, was ich machen wollte. Die Musik wird ein bisschen interessanter. Ja, weil da drüben sind viele. Okay, lass mich mal kurz mein Feuer zurück wechseln lassen. Das mag ich nicht. Tornado? Kämpfe ich nicht so gut mit Feuer. Tornado habe ich noch, ne? Ich brauche Freeze wieder in der Mitte. Okay. Schon besser. Bist du bereit? Bist du bereit? Die Eier lassen wir mal kurz. Ich muss kurz aufladen. Erdner Army. Erdner Army. Okay. Ich bin tot. Ich auch. Wir sind gerade gleichzeitig gestorben. Ja. Nochmal. Komm schon. Wir lassen uns nicht von denen wieder. Also, schon. Der hat eine Army. Das macht nichts. Wir haben volle Power aufgeladen. Ich habe fünf Tränke. Hey. Ich wechsle meine Power auf. Wieso? Oh, den Schutzschild vielleicht. Das könnte keine schlechte Idee sein. Den Schutzschild? Schutzschild? Dass wir nicht so schnell sterben, dass wir länger kämpfen können. Das Grüne. Das habe ich schon. Das hast du schon? Okay. Aber ich mache es stärker. Okay. Und keine schlechte Idee. Mach nochmal stärker. Vier. Dass du vier davon hast. Siehst du das? Vier von dem Blauen, vier von dem Ja. Wir haben plenty of stones. Also jede Menge Steine. Okay. Ich werde das auch kurz machen. Eventuell musst du mir Steine rauslegen. Äh. Nee, mach kein Feuer. Warum nicht? Der bringt doch nichts, der Feuerball. Der ist echt doof. Nein, der kann uns helfen. Der hat bisher noch gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, wozu man den braucht. Okay. Okay, lass mich das auch ein bisschen aufpeppen. Ich habe nur drei überall. Es kann sein, dass du mir ein paar Steine rauslegen musst. Und mal Kreuz, Kreis. Ich brauche von den Kristallen welche. Kristalle. 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 Warum hast du alle deine Kristalle gelegt? Ich habe die vorhin rausgelegt, damit ich was Neues aufheben kann. So, leg mir mal 50 Kristalle raus, okay? Das ist ganz viel. Gut, dass ich da nicht stand. Leg dir. Mach ein bisschen nicht schlimm. Wir haben noch Zeit. Geh mal meine Kristalle raus. Okay. Wie viel hast du? 150. Leg mir mal 50 raus, bitte. Und dann kann ich mal... Du meinst. Ja, leg dir mal 100 davon raus. Nix? Nein, 94. Die Hälfte ist ungefähr 75, wenn du die Hälfte machen willst. Das reicht auch. Total. Einfach rauslegen. Okay. Hier. Vielen Dank. Ach, ich muss dir auch was rauslegen. Gar kein Problem. Ich leg dir mal... Also, die fraurische. Die kann ich auch nicht rauslegen. Was? Ich leg mal das Gold raus. Ich glaube, du hast auch Gold gehabt. Sammeln wir das Gold hinten ein. Du hast was nicht sortiert. Jetzt geht's. Du blickst. Das ist die falsche Tasche. Ja. Okay. Vier davon. Vier davon. Vier davon. Und den Tornado... ...wär auch nochmal ordentlich stärker. Okay. Aber dann für die Speed hast du alles. Ich hab Tornado, Freeze und das. Und ich werde kurz tauschen. Der Tornado hat uns, glaube ich, nicht geholfen bei dem großen Tier. Also werde ich mich kurz hier ein bisschen besser schützen. Okay, hier ist Schützen. Hier ist Freeze und hier ist das. Alle sind voll aufgeladen. Los geht's. Leute, wir haben hier ein Bossfight. Das ist irgendwie kein Boss. Ich kurz mach mal den Sitz. Das ist kein Boss. Naja, irgendwie schon. Nein. Das ist kein Boss. Also schön, für dich. Mach die Eier nicht. Hallo? Ich komme. Hier, das hat die Eier nicht klappt. Alle, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ist der tot? Ach. Mach nix. Oh Mann, ich hab den in den letzten Sekunden... Nein, ich war da... Ich hätte weggehen müssen. Lava ist gefährlich. Suchen Sie lieber einen Eier. Nein, ich war das, glaube ich. Ich hatte den... Verdammt, wir hatten ihn. Wir hatten ihn gekriegt. Er hat ihn gekriegt. Ja, jetzt einfach nochmal. Wir wissen genau, wie wir das gemacht haben. Hey, ich brauch dich. Komm mit. Der ist nicht zurück. Oh, super. Guterweise. Die sind einfach. Das ist auch einfach. Ich glaube, diesen Schuss habe ich nicht. Hast du den? Oh, super. Oh, nee. Ich hab den. Warte bis hier. Alle. Wir müssen sonst noch hundertmal hin und her tauschen. Wir machen erst das hier fertig. Ich hab wieder Gift bekommen. Toll. Okay. Lass uns das in aller Ruhe einsammeln. Dann tauschen wir Dinge hin und her. Oh, gut gefunden. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wir machen. Es kann sein, dass es nicht geht, weil du schon ein besonderes Schwert hast oder sowas. Ich kann das nicht einsammeln, weil ich bin auch voll. So nass. Hey! Ja. Oh, ich hab's. Ich blicke. Wahrscheinlich nur drei Punkte. Okay. Okay. Weiß nicht, war irgendwas? Vielleicht hast du ein neues Level? Aber du bist gleich im elften Level, dann kannst du auch den Dornado kriegen. Super. Aber... Machen wir weiter? Können wir den Rest noch einsammeln? Das wäre toll. Schieb mich jetzt nicht hinter den Netz. Kannst du gucken, ob du das einsammeln kannst? Kannst du gucken, ob du das Gold einsammeln kannst? Danke. So, den Ding haben wir umgelegt. Was hatte uns vorhin noch gefehlen? Einmal müssen wir natürlich noch speichern, auf jeden Fall. Irgendwo. Da drüben waren wir schon. Okay, lass uns mal rausgehen zum Speichern. Dann gucken wir mal auf die Karte. Warum haben die überhaupt diese Spitzen da oben hingelegt? Ich habe keine Ahnung. Wir können nicht springen. So. Lass uns mal auf die Karte gucken. Wir sind vorhin... Ja! Da oben ist irgendwas. Warum ist das da noch so komisch? Lass uns mal da links hochgehen. Ich glaube, sonst alles haben wir erledigt. Achso, hier waren wir noch nicht. Wir haben das nicht eingesammelt. Okay. Warte, jetzt war die falsche Taste. Ja. Jetzt ist es. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Ja. Das glaube ich auch. Was ist mit dieser gelben Tür da in der Mitte? Waren wir da schon? Nein. Hm. Was sonst? Ja, sollte das... Ich glaube, hier drin sollten eigentlich die Zähne sein. Ist das das, wo die Zähne sind? Oh, vielleicht haben wir die schon. Da war das TNT. Hier war doch auch so ein Tor. Was ist das denn? Es ist aufgegangen. Wegen meiner Taste drücken. Waren wir? Ach du meine Güte, hier sind noch viele Verstecke. Die geheime Gesellschaft. Los. Das will ich sehen. Oh. Die Schwere der Dungeon, desto besser die Belohnung am Ende. Gesundheit. Uh. Oha. Taste. Zähne des Brunnen finden. Hier braucht man einen goldenen Schlüssel. Da, 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 da. Ja, ich sehe es. Oh, cool, was du das gekriegt hast. Oh mein Gott, hier gibt es aber viele Dinger. Hey, hol mal den Schlüssel. Hol mal den silbernen Schlüssel da. Oh ja, die kriege ich immer her. Da steckt. Was? Drei mehr? Zwei mehr Steine? Sollen das die Zähne sein oder was ist das? Nein, ich glaube, das ist die Prinzessin. Das ist nicht die Prinzessin. Okay, wir müssen rausfinden, wie wir zu diesen anderen Dingern kommen. Wir müssen sie noch finden. Hast du deinen weißen Mut auf? Okay, gut. Ja. Ja, lass es mal mit dem Ding quatschen. Oh, der weißen Zylinder. Der weiß nichts. Okay. Was mit dem? Der weiß auch nichts, oder? Oh, um den weißen Zylinder. Okay, wo kommen wir hier? Nein, wir wollen. Sweetie, bist du bereit? Das war der Brunnen. Ja. Oh. Ja. Karte. Nachdenken. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Lass uns mal zu dem Typ da oben hin zurückgehen. Oh, wir haben die Zähne schon. Hast du die? Ja, wahrscheinlich. Ohne, dass wir es wissen. Aber sehen wir hier irgendwo so noch Stein? Nee, nee. Da oben war noch ein Stein bei dem Typ. Den hier? Nee, bei dem anderen. Bei dem, der uns opfern wollte. Der hatte noch einen Stein. Welchen? Ich meine, welchen Stein? Der Typ, der uns opfern wollte. Der hatte noch einen Stein. Das ist ein komischer Typ. Ja, der mit den Ohren und Zähnen. Hier war noch einer. Guck. Willst du den Stein nach unten bringen, oder soll ich? Ich. Okay, ich gebe ihn dir. Stell ihn genau vor, Herr Mann. Büsche. Okay. Ich muss wahrscheinlich ein Stück mitkommen, sonst geht das nicht. Ich bin schneller als du, weil du den schweren Stein drehst. Dummdi, 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 dummdi. So, ich bin immer noch dieselbe. Hi, Leute. Wie geht's denn so? Oh, um den weißen Zünder. Äh, okay, dann. Nur eins mehr. Auf welchen möchtest du's legen? Ich frag mich, wo der dritte ist. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Den da? Okay. Tja, jetzt brauchen wir, gehen wir hoch zu dem Typ. Und ich glaube, der hat da, wo er ist, noch einen Stein. Ich kann mich nicht erinnern, aber... Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, da... Ich brauch nur einfach ein bisschen Glück, den noch zu finden. Geduld. Geduld wäre auch mal nicht schlecht, ja. Hey, Leute, was geht ab? Oh, das war so ein Zünder. Hier sind die Zähne. Du hast im unheimlichen Brunnen überlebt? Unglaublich. Erzähle sofort, was es dort auf dem Boden gibt. Auf dem Boden war eine blutige Westige. Dort war eine ganze Armee voller Monster. Ich habe sie alle vernichtet, ihr könnt jetzt ruhig schlafen. Du bist ein großer Krieger. Ich ernenne dich zu unserem Ehrengast. Von nun an sind die weißen Zylinder deine Freunde. Nimm dieses bescheidene Geschenk als Ausdruck unserer besonderen Wertschätzung. Du hast so einen Helm? Du hast so einen Helm? Will beide blinken? Mach du zuerst. Nein, du. Du hast diesen Hut. Ich habe diesen Hut nicht, der ist hinter dir. Oh. Ich kann es auch nicht holen. Endlich kann ich Tornado. Du hast einen Tornado. Und drei Punkte. Ja. Cool. Ich schaffe dir den Tornado. Ich dachte, der Tornado war so vier Tornado. Er ruft einen Tornado hervor, der deine Freunde zerstreut. Oh, der verteilt sie nur. Er bekämpft sie nicht, aber er verteilt sie. Wenn sie alle auf einmal auf dich zukommen, kannst du den Tornado machen und dann verteilt er die wieder. Dann könnt ihr dich nicht alle gleichzeitig ergreifen. Was mache ich? Dann schnapp ihn. Das mache ich. Du musst eins hoch. Jetzt X drücken wahrscheinlich. Ja. Jetzt musst du auswählen, wo er hinkommt. Äh, dahin. Ich bin endlich Tornado. Ich habe jemals dahin gewartet. Kannst du dich auch über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Okay. Ich kann auch das als nächstes, wenn ich 13 habe. Wow. Da müssen wir noch ein bisschen verarbeiten. Es geht noch bis 17. Ach du meine Güte. Ich glaube, die Prinzessin ist noch weit, weit weg. Ja. Okay. Geh mal raus und lass uns mal gucken, wie wir diesen neuen Helm aufsammeln. Ich mach meine Powerstärke. Ja, klar. Da. Wir haben genug Steine. Mach mal. Die. Hm. Noch mehr. Mach ruhig auf vier, wie die anderen auch. Hm. Die. 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 Okay. Und das auf fünf. Wenn es geht. Geh, mach ruhig. Wir haben jede Menge Steine. Dafür sammeln wir die ganzen Steine ja ein. Fünf. Super. Okay. Toll. Das wird super. Ich werde super stark. Bitte. Super. Okay. Du jetzt. Falscher Kopf. Okay. Ich kann hier. Du darfst auch. Ich brauch einen Grünstein. Du musst es einfach nur einsam. Vielen Dank. Kannst du mir einen Grünstein rauslegen, bitte? Schön. Du hast 60 davon. Vielleicht kannst du mir 30 rauslegen. Ja. Danke. Ich muss dir wahrscheinlich auch was rauslegen, damit ich sie einsammeln kann. Nein, ich glaub, ich hab einen. Okay. Du hast 1.400 Coins. 1.400? Du hast 1.400. Willst du deine Axt nehmen? Dann könnte ich dein goldenes Schwert kriegen. Leg mal, nimm mal die Axt in die Hand. Goldes Schwert? Leg mal die Axt in die Hand. Boah. Das macht viel. Jetzt hast du 29 Damage. Kannst du mir dein goldenes Schwert bitte rauslegen? Weil ich hab leider nur so ein normales Schwert. Du kannst ja nicht beides haben. Du hast einen guten Schild und du hast eine gute Axt. Wenn du mir das prächtige Schwert rauslegst, sterbe ich nicht so viel. Das ist alles, was du wert. Das ist es wert. Danke, Swin. Toll. Jetzt muss ich mal gucken, was ich einsammeln kann. Ich muss kurz auch was rauslegen. Ähm. Danach kannst du einen Blink machen. Ja, ich lege mal diesen Hut auf. Du siehst jetzt gut. Und dann lege ich, die kann ich nicht rauslegen. Die Pilze kann ich mal kurz rauslegen. Und ich lege auch mal kurz die Bombe noch raus. Diese eine da. So, Tian. Zack. Dann gucke ich, ob ich das einsammeln kann hinter mir. Oh. Zack. Jetzt. Oh, wieder da falscher Knopf. Eine Tüte. Ich lege dir diesen Hut raus, weil du kannst auch diesen Hut kriegen. Das hat mich irgendwie gerade aus Versehen mit aufgenommen. Dann kann ich das goldene Schwert für mich benutzen. Wow. Ja. Wir haben zwei gute Waffen. Nice. Jetzt kann ich noch, Entschuldigung, ich habe eins vergessen. Ich wollte noch meine Blitz auf. Wer ist ein hier? Jetzt habe ich vier, vier, vier. Fünf. Nicht. Tornado. Da hast du Glück. Ich brauche mir ein bisschen was, aber das macht nichts. Ich nehme einen davon. Ja, okay. Gut. Schau mal, ob du den interessanten Hut einsammeln kannst. Ah, jetzt kannst du ihn aufziehen, wenn du möchtest. Das schützt dich ein bisschen mehr. Das ist es nicht. Der macht acht mehr Schutz. Es hat geblinkt wegen der Diplopause. Ich habe ihn immer noch vermessen. Aber du hast den neuen Hut jetzt. So, diese Taste ist zurück. Wenn du den Wigging, den roten Hut anziehst, hast du elf mehr Schutz. Und wenn du den anderen neuen Hut anziehst, hast du acht mehr Schutz. So, du kannst dir überlegen, welchen du anziehen möchtest. Welchen? Das hier, neun. Das ist plus elf. Das ist ziemlich gut. Und dann sehen wir nicht gleich aus. Das ist besser. Der schützt dich. Du kannst schon weniger verletzt werden. Und der ist ehrlich gesagt ein bisschen cooler. Ich wünschte, ich hätte den. Ich wollte schon immer mal roten. Okay. Dann. Würde ich sagen. Lass uns kurz überlegen. Wir haben. Uns fehlt noch dieser eine Stein. Ja. Aber es sieht so aus, als wäre das alles, oder? Nein. Es muss noch einer von diesen Steinen geben. Aber wo? Vielleicht da, wo wir gekämpft haben? Vielleicht da, wo wir gekämpft haben. Den großen Elefantenhals. Nein. Durch ein Portal kann man das nicht mitnehmen. Durch ein Portal? Diese grünen Flächen hier, wo man rein und rausgehen kann. Siehst du, wo ich... Ach. Ich. Siehst du die Axt? Ja, das ist schon voll cool. Oh ja. Hm. Wow. Sorry. Pff. Warte, das ist hier denn nichts. Ich sehe einfach keinen Stein. Okay. Mal kurz auf die Karte. Wir sind da unten. Wir waren gerade ganz links. Hey, was ist mit der Tür? Welche Tür? Die zwei Tür, die du da siehst. Ja, aber da gehen wir ja raus. Wir können Steine nicht durch die Portale mitnehmen. Wenn, dann muss der Stein hier drin sein. Die Frage ist nur, wo? Wir können da nicht so einen Stein übersehen. Ich kann Dinger einfach so mit meiner Axt mitnehmen. Ich habe drei Fackeln. Wie viele hast du? Vier. Mach mal bitte die Fackel an. Nur schon eingemacht. Nein. Nicht nachdem wir jetzt alles die Zeug zurückgegeben haben. Und so. Ich möchte nicht das alles nochmal. Okay. Die Zeug? Natürlich nicht. Nee. Okay. Hier ist irgendwie gar nichts. Wie könnte das denn noch sein? Vielleicht. Nein. Wir können nicht durch die grünen Dinger. Nein. Hier kann das nicht sein. Wir haben doch nicht diese verdammten Steine übersehen. Hier kommen die Steine alle hin. Vielleicht ist hier doch was. Nein. Sonst hätten wir das. der Steck gefunden. Was war das denn? Sonst hätten wir das schon längst gesehen. Oh. Ich bin der Stein. Du bist der Stein. Ich glaube es dir. Kann ich nicht. Warum nicht? Geh du mal auf meinen Platz. Ah. You got it. Okay. Was machen wir damit? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Geh mal auf deine Quests. Siehst du das? Zwei nach rechts. Äh. Okay. Stopp. Zu viel. Geh jetzt zurück. Da. Geh mal da drauf mit der. Mit dem Ding hier. Da. Ja. Rüber. Kriegt das mal an. Quest Gegenstand. Eine altertümliche Reliquie. Okay. Wir haben die Zähne. Wir haben diese Brunnenrätsel gelöst. Wir haben die Reliquie. Wem mussten wir die Reliquie bringen? Irgendwo im Wirtshaus. Lass uns zurück zum Wirtshaus rein. Ja. Lass uns zurück zum Wirtshaus rein. Endlich. Endlich haben wir mal was erledigt. Mann. Jetzt kriegen wir bestimmt einen neuen Platz. Oh ja. Zum Ausruhen. Endlich können wir hier mal raus. Vielleicht kriegen wir einen neuen Platz zum Ausruhen. Ja. Warte. Lass uns raus. Leute sind Steine? Nein. Ich war ein Stein. Aus Versehen. Okay. Ich war auch ein Stein. Darf ich? Okay. War ich nicht. Wir gehen hier irgendwie. Oh. Geh nicht. Warte kurz. Hier sind wir hier reingekommen und rausgekommen. Hey. Oh. Ich wusste nicht, dass die wieder da sind. Hast du das gewusst? Hallo. Ich bin genau hier. Hier ist der Typ in der Bombe. Oh. Ich hab mich mal kurz eingefroren. Ich muss mal kurz was essen. Oh. Du weißt ja immer noch am Leben. Hier ist eine Fackel. Wie hast du... Wie kannst du das alles überlegen? Ich hab sie eingefroren. Aber dann hab ich aus Versehen auf die Bombe gehauen. Das war schön blöd. Aber das war eigentlich gut. Weil du hast ihn zerstört. Ja. Kannst du die ganze Sache einsammeln, die ich nicht einsammel kann? Kannst du auch. Ich kann mich alles einsammeln. Mach mal kurz auf die Karte gucken. Wo wollen wir hin? Wir wollen raus, ne? Wir wollen raus. Warum sind die Skeletters zurückgekommen? Wo wir da rausgekommen? Ich hab zwar auf die Karte geguckt, aber überhaupt nicht. Oh, ich weiß warum. Ich folge einfach mir. Da ganz links rum und dann oben. Ich weiß. Du weißt das? Ich folge einfach mir. Wo ist das? Aber da sind wir doch gerade hergekommen. Nein, da können wir nicht. Da sind wir hergekommen, Sweeney. Wirklich? Ja. Wir müssen auf die andere Seite. Hier, auf diese Seite. Komm hier. Auf diese Seite. Wir müssen einfach nur links außen rum. Warum sind sie wieder hergekommen? Hey, hau mich weg. Apfel, stopp. Komm zurück. Nimm den Apfel. Das war ein Tag. Kannst du den Apfel nehmen? Okay, meine Power sind aufgeladen. Los geht's. Ich hab dir geholfen. Super. Mit meinem einzigen Blitz. Oh, hier sind noch mehr Jungs. Da sind noch mehr Jungs. Bist du bereit? Deine sind aufgeladen fast. Bis auf den Platz. Ich mach dir schon mal Freeze. Und bis. Yeah. Jetzt sind wir echt gut drauf mittlerweile. Ich hab dich auf einmal gerettet. Okay, hier unten steht noch ein großer Fieser. Den können wir mal kurz einführen wahrscheinlich. Und wie mach ich Tornado wieder? Mit dem linken. Oh. Du bist noch am Leben. Ja, aber nicht mehr lange. Ich muss kurz meinen Trank verdrücken. Kommst du mal mit oder schieße da oben rum und guckst du? Aber ich dachte vielleicht, mach ich dir hier oben. Den Tornado. Wir wollen ja eigentlich nur rausgehen und ins Wirtshaus, damit wir kurz speichern können und mal zurück an unser Lager können. Aber irgendwie finden wir unseren Ausgang nicht. Oh. Super, so ein Monster. Ich hab den Tornado extra benutzt. Okay, komm mal bitte hoch. Wir wollen da hier rausgehen, oder? Wie kommen wir denn hier raus? Verdammt nochmal. Du warst nach oben gelaufen. Wir müssen nach unten. Genau jetzt nach unten. Glaube ich zumindest. Leute, wir müssen mal kurz Pause machen. Es gibt Essen. Bis bald.